Du möchtest gerne wissen, wie die Fibrinolyse reguliert wird und verstehst noch nicht so ganz, was UPA oder TPA ist? Das ist kein Problem, denn wir erklären es dir heute hier bei Selbstorientiert für Mediziner. Und damit seht ihr einmal eine kurze Kapitelübersicht über die wichtigsten Themen, die wir heute in diesem Video behandeln. Und bevor das Video jetzt losgeht, wollen wir einen kleinen Hinweis geben, denn unser Kurs ist jetzt da. Das heißt, alles, was ihr braucht rund um die Gerinnungskaskade, aber eben auch den Abbau, die Fibrinolyse, das ist jetzt für euch verfügbar. Texte zum Verstehen mit einfachen Zusammenfassungen, die ihr schnell zum Lernen benutzen könnt. Außerdem haben wir ein neues Abo-Modell, womit ihr alles, was ihr für euer Physikum braucht, rund um die Biochemie, Anatomie und Physiologie, einmal als Text bzw. als verschiedene Karteikarten bekommt, jetzt in der Videobeschreibung verlinkt. Mit dem Code WELCOME bekommt ihr 20% auf eure erste Bestellung. Viel Spaß damit und jetzt geht's los mit dem Video. Gucken wir uns jetzt an, wie das Ganze reguliert wird, wie wird Plasmin letztendlich zu dieser, wie wird diese aktive Serinprotease Plasmin aus dem Vorläuferprotein Plasminogen gewonnen. Letztendlich ist es so, dass die Fibrinolyse ja zeitgleich mit der Blutgerinnung bereits eingeleitet wird. Und das ist ganz wichtig, denn häufig wird das hier vergessen, dass diese zeitgleiche Einleitung tatsächlich auch schon direkt von Anfang an stattfindet. Dabei ist es so, dass diese profibrinolytische Wirkung, also die Fibrinolyse selbst, am Anfang eher schwach ist, weil wir ja erstmal den Ablauf der Gerinnungskaskade sicherstellen wollen, im intrinsischen sowie aber auch im extrinsischen System, primäre und sekundäre Hämostase muss erstmal stattfinden. Und dann werden entsprechend zwei maßgebliche Aktivatoren wichtig. Einmal gibt es den TPA, den Tissue-Type Plasminogen Activator, der aus den Endothelzellen freigesetzt wird und entsprechend an der Umwandlung von Plasminogen zu Plasmin entsprechend beteiligt ist. Und den Urokinase-Type Plasminogen Activator, den UPA, der entsprechend dann über eine Bindung an den Urokinase-Rezeptor die Aktivierung der Fibrinolyse auch ermöglicht. Also auch über denselben Schritt Plasminogen in Serinprotease Plasmin entsprechend wirkt. Dann gibt es aber wie immer auch Gegenspieler, das heißt die Regulation besteht natürlich auch aus Inhibitoren. Dabei gibt es einmal den Plasminogen-Aktivator-Inhibitor und den Plasmin-Inhibitor. Und die Namen klingen vielleicht erstmal ein bisschen kompliziert, aber es ist eigentlich ganz schön und leicht verständlich, denn ihr müsst euch einfach nur überlegen, wie heißt das vorne, also Plasminogen oder Plasmin, und dementsprechend wisst ihr eigentlich, an welcher Stelle der Fibrinolyse reguliert wird. Wenn ein Plasminogen-Aktivator typischerweise in der Form 1, denn die ist die wichtigste Form, die zur Stabilisierung des Thrombus führt, betroffen ist oder genutzt wird, also der Plasminogen-Aktivator-Inhibitor genutzt wird, dann ist es so, dass wir eine Verhinderung von der Umwandlung des Vorläuferproteins Plasminogen in die Serinprotease Plasmin haben. Das heißt, es wird ein Komplex gebildet, der aus Plasminogen und dann entsprechend dieser Bindung besteht und dadurch haben wir dann eine Inhibition, die hier stattfindet, eine Inhibition der Fibrinolyse. Und dadurch, dass wir dann eine überschießende Fibrinolyse verhindern können, ist es so, dass letztendlich erreicht wird, dass hier maßgeblich der Thrombus stabilisiert wird. Das kann in verschiedenen Situationen sinnvoll sein, Wir werden gleich aber auch noch dazu kommen, wie das entsprechend auch zu Gerinnungsstörungen führen kann. Außerdem gibt es den Plasmin-Inhibitor und da sehen wir jetzt anhand des Namens schon, okay, jetzt ist es aktiv, das heißt, hier haben wir schon diese aktive Serinprotease bereits umgewandelt, das heißt, TPA und UPA haben schon gewirkt, wir haben Plasmin und jetzt müssen andere Möglichkeiten herangezogen werden, das heißt, hier nutzt man jetzt entweder Alpha-2-Antiplasmin oder Alpha-2-Makroglobulin. Alpha-2-Makroglobulin bindet dabei über Prä-Kalikroin, was ein Faktor ist, der ganz wichtig ist für das Vorläuferprotein UPA, was gleichzeitig auch auf Plasmin wirken kann und aus dem Alpha-2-Antiplasmin ist dann wiederum entsprechend verhindert, dass Plasmin entsprechend diesen Abbau der Fibrinolyse einleiten kann, das heißt, es kommt hier nicht zu einem Abbau dieser zwei endständigen D-Einheiten und mittelständigen E-Einheit, die in der Fibrinolyse beim fibriden Netzwerk entsprechend bestehen. Also, hier ist es eine selektive Hemmung, die entsprechend als Serinprotease-Inhibitoren genutzt wird bei diesen zwei zentralen Stoffen, die wir hier benannt haben. Das Video, was ihr euch jetzt hier angeguckt habt, ist jetzt leider vorbei. Allerdings haben wir noch ein weiteres Video, was euch sicherlich auch interessiert, denn es geht genau um dasselbe Thema und verstärkt da nochmal euer Wissen. Also, bleibt jetzt dran und los geht's. Kommen wir nun zu physiologischen Anticoagulantien, also Möglichkeiten der Hemmung, der Blutgerinnung, wobei es so ist, dass wir eine Thrombusbildung verhindern wollen. Anticoagulantien, das heißt, hier gibt es zwei maßgebliche Anticoagulantien, die ganz relevant sind. Einmal Antithrombin-3, beziehungsweise Antithrombin und das Protein C und S-System. Das Protein C und S-System besteht aus Protein C und dem Kofaktor Protein S. Fangen wir aber erstmal mit Antithrombin-3 ein. Dabei ist es so, dass das Ganze ein Glykoprotein ist, was in der Leber gebildet wird. Warum ist es so wichtig, dass es in der Leber gebildet wird? Das ist ganz wichtig, denn erstens ist es so, dass die meisten Anticoagulantien dort herstammen und außerdem ist es so, dass dieses dann natürlich, wenn es nicht vorhanden ist, wiederum auf Lebersynthesestörungen hinweisen kann. Und ein häufiger Grund für eine Leberzirrhose wiederum dann ist, warum das Ganze verbunden ist, mit enormen Gerinnungsstörungen ist, weil eben diese Hemmung der Blutgerinnung durch physiologische Anticoagulantien, durch Antithrombin-3 eben nicht stattfinden kann. Das heißt, hier sehen wir, dass entsprechende Risikofaktoren dann beispielsweise eine Leberzirrhose sind, weil dann bestimmte Glykoproteine nicht gebildet werden können. Antithrombin-3 selbst, dabei ist es so, dass wir eine Bindung eines Oligosaccharides an diese vier Glykosidierungsstellen vorweisen können und dadurch wird dann Antithrombin-3 entsprechend in seine aktive Form geführt. Und dabei ist es so, dass das dann wieder zur Inaktivierung der Gerinnungsfaktoren führt. Insbesondere betroffen ist hier Thrombin sowie eben auch Faktor 10a. Und diese physiologischen Anticoagulantien führen dann eben dazu, dass die Thrombusbildung verhindert wird. Und wir können hier eine enorme Wirkungsverstärkung durch Heparin erreichen, also durch therapeutische Anticoagulantien, die ganz häufig in der Klinik eingesetzt werden. Dabei steigt die Bindungsaffinität mindestens um ein Hundertfaches, teilweise sogar um ein Tausendfaches. Also hier enorme Wirkungen, die durch Heparin entsprechend freigesetzt werden können. Gucken wir uns dann das Protein-C bzw. das Protein-S-System an. Dabei ist es so, dass wir hier eine Aktivierung des Protein-C durch Thrombomodulin letztendlich haben. Denn Thrombomodulin modelliert Thrombin und dadurch wird dann Protein-C aktiviert. Thrombin selbst ist ja ein jannungsköpfiges Protein, was selbst positive sowie negative Rückkopplungen wirken kann. Lasst euch da nicht verwirren. Thrombin hat maßgeblich natürlich eine Wirkung auf die Gerinnung. Aber ganz wichtig, und das ist im intakten Gewebe ganz wichtig hervorzuheben, Thrombin hat im intakten Gewebe mehr gerinnungshemmende Wirkung, das heißt eher antithrombinogene Wirkung, insbesondere eben durch die Aktivierung des Protein-C, was dann mit Kofaktor Protein-S entsprechend verschiedene antikoagulatorische Folgen hat. Dabei ist es so, dass Protein-C dann entsprechend Vitamin-K abhängig synthetisiert wird, wieder in der Leber, in den Hepatozyten und damit natürlich ganz große Relevanz entsprechend hat für diese eben beschriebene Synthesestörung oder auch den Nachweis von Synthesestörungen, damit man entsprechend in verschiedenen diagnostischen Maßnahmen das Ganze nachweisen kann. Außerdem ist es so, dass die Aktivierung durch Proteolyse entsprechend die Fibrinolyse und dann auch den Faktor 5a sowie entsprechend den Faktor 8a inaktiviert. Das heißt, wir haben hier das Protein-C, was dann aktiviert wird durch Proteolyse mit dem Kofaktor Protein-S und dann haben wir zwei Effekte, die maßgeblich sind. Einmal die Induktion der Fibrinolyse und andererseits die Inaktivierung von Faktor 5a und 8a und damit ist die Wirkung antikoagulativ und profibrinolytisch. Das ist ganz wichtig im Hintergrund zu behalten. Wieder eine Hemmung der Blutgerinnung und damit eine Verhinderung des Thrombusbildungs. Also diese antikoagulative Wirkung und profibrinolytische Wirkung ganz wichtig zusammenzusehen und dann anti-inflammatorisch zudem, also es verhindert den Zelltod darüber, dass es die TNF-Alpha-Synthese hemmt und dadurch die Aktivierung von dem Faktor NFKB entsprechend verhindert. Kommen wir dann zu therapeutischen Antikoagulantien. Ihr seht, wir haben sie euch hier einmal schon mal die prominentesten einmal dargestellt, insbesondere die in Deutschland am häufigsten eingesetzt werden. Einmal Heparin oder ein Vitamin-K-Antagonist, nämlich Coumarin und außerdem wollen wir uns auch den Faktor 10a-Inhibitor angucken, der ein bisschen neuer ist. Erstmal kommen wir zu Heparin. Wir hatten es gerade schon angesprochen im Zusammenhang mit Antithrombin. Antithrombin selbst hemmt ja nahezu alle Gerinnungsproteasen, verhindert die Ausbreitung der Gerinnung und dort setzt Heparin entsprechend an, weil es an Antithrombin-Moleküle bindet und dort dann entsprechend verstärkt wird. Heparin selbst ist eine unverzeigte Kette von verschiedenen sulfatierten Saccharid-Bausteinen. Wir sehen das hier einmal ganz schön. Eine sehr bekannte Formel ist stark negativ geladen und hat damit natürlich eine enorme therapeutische Auswirkung, die hier aus dieser starken negativen Ladung entsprechend hervorgeht. Dabei ist es so, dass die Bindung an Antithrombin-Moleküle entsprechend enorm verstärkend wirkt und als Sofort-Inhibitor entsprechend wirkt. Warum ist das so wichtig hervorzuheben? Es ist so wichtig hervorzuheben, weil entsprechend diese Wirkung als Sofort-Inhibitor ein ganz zentraler Vorteil ist gegenüber Vitamin-K-Antagonisten, die häufig erst nach ein bis drei Tagen entsprechend aktiv werden, denn diese Sofort-Inhibition ist insbesondere pre- und postoperativ, sowie aber auch bei einem akuten Herzinfarkt entsprechend wichtig. Das heißt, hier muss man diesen schnellen Wirkungseintritt durch die allosterische Aktivierung von Antithrombin auf jeden Fall betrachten. Heparin selbst ist ja ein Glycosaminoglykan, was diese Wirkung entsprechend entfalten kann. Dann gibt es die Vitamin-K-Antagonisten. Wir hatten gerade schon gesagt, es gibt einmal Coumarin, aber beispielsweise auch Wafarin, die entsprechend unter dem Handelster Makumar dann beispielsweise weltweit, aber insbesondere auch in Deutschland enorme Ansätze und Einsatzbereiche finden. Dabei ist es so, dass Vitamin-K-Antagonisten indirekte Wirkung auf die Gamma-Carboxylase haben, aber insbesondere die Regeneration des essentiellen Kosubstrats inhibieren, nämlich durch dieses Target Coumarin-Derivate haben, nämlich den Vitamin-K-Epoxid-Zyklus ganz zentral als Target. Das heißt, die Vitamin-K-Epoxid-Reduktase wird da konkret getargetet und dabei führt es dazu, dass die Regeneration von Vitamin-K eben nicht gelingen kann und das ist ganz wichtig, denn so können Blutgerinnungsfaktoren nicht gebildet werden. Das heißt, auf den Faktor 2, 7, 9 und 10 hat das enorme Auswirkungen, die dann entsprechend typischerweise, wie gesagt, eine verzögerte Wirkung haben nach ein bis drei Tagen. Das heißt, hier ist es so, dass wir ja noch einen gewissen Vorrat an Vitamin-K haben, der dann noch als Kosubstrat dienen kann und dann nach ein bis drei Tagen ist dieser Vorrat dann je nach Körper natürlich abgebaut. Und dabei ist es so, dass wir diese Überwachung einer Vitamin-K-Therapie entsprechend mit Vitamin-K-Antagonisten dann entsprechend durch die TP-Zeit oder auch den Quick-Wert entsprechend ermöglichen können. Außerdem gibt es noch den Faktor-10a-Inhibitor. Das heißt, hier haben wir eine Inhibition von Faktor-10a. Warum? Wir wissen ja, dass der Faktor-10a an der Umwandlung von Prothrombin in Thrombin entsprechend beteiligt ist. Das heißt, auch hier können wir entsprechend eine antikoagulative Therapie erreichen. Hier ist insbesondere der Vorteil, dass es eine orale Therapiemöglichkeit ist. Das heißt, dass das Ganze wesentlich einfacher zu dosieren ist beziehungsweise auch im klinischen Alltag entsprechend Vorteile bildet. Dabei ist das Ganze so, dass diese gesamten therapeutischen Antikoragelantien von Heparin bis Vitamin-K-Antagonisten, aber auch Faktor-10a-Inhibitoren in der Prophylaxe eingesetzt werden, aber entsprechend auch bei der Therapie von Gerinnungsstörungen, zum Beispiel eben bei Thrombosen oder Embolien, die enorme Auswirkungen für die Patienten haben und deshalb eine besondere Bedeutung erfahren im klinischen Alltag. Deswegen dieser Einsatz in der Prophylaxe ganz wichtig, aber entsprechend auch in der Therapie. Und wir haben uns gerade angehört, es gibt Gerinnungsstörungen und wir wollen uns jetzt mal angucken, was Gerinnungsstörungen überhaupt sind, welche es da gibt. Grundsätzlich ist es so, dass wir unterscheiden zwischen der APC-Resistenz und der Hemophilie A und B. Diese beiden wollen wir uns heute mal angucken. Dabei ist es so, dass die APC-Resistenz, man kann es dem Namen schon ableiten, aktiviertes Protein C, die Resistenz darauf, also eine schwache Antwort auf aktiviertes Protein C beschreibt. Dabei ist es so, dass wir dadurch dann ein steigendes Risiko für Venenthrombosen haben, denn wir wissen ja, dieses aktivierte Protein C, das Protein C-Kofaktor-S-System, inhibiert ja die Faktoren 5a und 8a und dadurch, dass wir dann eine fehlende Inhibition haben, haben wir diese antikoagulative physiologische Wirkung eben durch dieses Protein C-S-System nicht mehr und dadurch steigt dann natürlich auch das Risiko für Embolien, Venenthrombosen und das hat natürlich enorme Folgen für den Patienten. Dabei haben wir den Faktor 5a jetzt so betont, warum. Es ist so, dass den Faktor 5a Leiden-Mutation ganz bekannt ist und dementsprechend hier auch benannt werden soll, entsprechend nach dem Ort des Entdeckens in den Niederlanden benannt, also sagt auf keinen Fall Faktor 5 Leiden-Mutation, da kriegt ihr, glaube ich, ordentlich Probleme, dementsprechend weisen wir euch darauf nochmal hin. Außerdem ist es so, dass wir hier eine Punktmutation haben, meistens eine Missens-Mutation, die hier dabei dazu führt, dass entsprechend ein Arginin-Rest an der Stelle 506 gegen einen Glutamin-Rest ausgeteilt wird und dadurch dann eben dieses Faktor 5 Leiden-Mutation entsteht und grundsätzlich ist es so, dass wir hier eine Verlängerung der Halbwertszeit dann von diesem Faktor 5a haben durch eine Punktmutation in diesem kodierenden Gen für Faktor 5 und außerdem ist es so, dass wir teilweise, wenn wir einen Ausfall dieses Gens haben, vermuten, dass es eine embryolitale Wirkung hat, das heißt, dass der Embryo entsprechend stirbt. Außerdem ist es so, dass wir hier eine autosomal-codominante Vererbung haben und das natürlich letztendlich, das ist ganz logisch, zu einer erhöhten Aktivität der Gerinnungskaskade führt. Außerdem haben wir uns noch die Hämophilie A und B angeschaut, das heißt, die Hämophilie A mit dem Mangel an Faktor 8 und die Hämophilie B mit dem Mangel an Faktor 9, ganz zentrale Möglichkeiten einer Gerinnungsstörung, die entsprechend als Bluterkrankung dann enorme Folgen für den Menschen hat. Dabei ist es so, dass wir hier eine Therapie mit den Substitutionen des fehlenden Faktors avisieren, das heißt, hier ist es so, dass bei Hämophilie A teilweise leider inhibierende Faktoren 8 entstehen, die dann wiederum enorme Probleme für die Patienten hervorrufen, das heißt, das ist immer wieder in der Therapie ganz wichtig. X-Chromosomal-Rezessiv ist das Ganze, warum ist es so wichtig? Wir sehen es einmal hier, ein ganz bekannter Fall mit dem britischen Königshaus, hat es enorm viele Folgen gehabt und ganz wichtig, natürlich, wenn etwas X-Chromosomal-Rezessiv ist, dann sind Frauen natürlich kaum betroffen, sie sind eben sogenannte Konduktorinnen und das sehen wir entsprechend auch ganz klar bei diesem britischen Königshaus, wenn wir uns das angucken, haben wir da kaum Frauen, die betroffen sind und das war bei dieser Hämophilie A und B ganz wichtig. Vielleicht in diesem Zusammenhang noch ganz wichtig zu erwähnen, auch das entsprechend das von Willem-Brandt-Syndrom weitaus häufiger tatsächlich noch aufgebreitet ist, generell Hämophilie A mehr als B und dann das von Willem-Brandt-Syndrom, von Willem-Brandt-Jürgens-Syndrom, wo dann entsprechend das VWF-Gen betroffen ist und wir dementsprechend einen enormen Gerinnungsmangel haben, das in diesem Zusammenhang der Gerinnungsstörung auch nochmal ein ganz wichtiger Aspekt. Kommen wir abschließend noch zur hämostesiologischen Diagnostik, das heißt, wir wollen uns einmal anschauen, was ist der Quick-Wert und was ist die aktivierte partielle Thromboplastinzeit. Falls ihr nur partielle Thromboplastinzeit hört, das ist tatsächlich ein leicht unterschiedlicher Wert, dabei ist es so, dass diese aktivierte partielle Thromboplastinzeit hauptsächlich heute entsprechend ihre Anwendung findet. Dabei überwacht man den intrinsischen Weg mittels ungerinnbar gemachten Citratblots, was dann entsprechend sichtbar gemacht wird und man dann verschiedene Phospholipide, die sogenannten partiellen Thromboplastine zugibt, wo der Name dann natürlich auch herkommt, Calcium-Ionen und oberflächenaktive Substanzen nutzt. Hier in diesem Beispiel haben wir euch einmal Kaolin benannt und das führt dann wiederum zur Blutgerennung. Dabei ist es so, dass wir ja den intrinsischen Weg uns angucken und das können wir einmal ganz schön anhand der Grafik nachvollziehen. Dabei ist es so, dass wir insbesondere den Faktor 5, 8, 9, 10, 11 und 12 entsprechend suchen können beziehungsweise diese Defekte nachweisen können und dass die partielle Thromboplastinzeit grundsätzlich verlängert ist beim Einsatz von Anticholagulantien, also bei der Anticholagulantentherapie, beim Fibrinogenmangel oder entsprechend auch bei der Hämophilie. Außerdem gibt es noch den Quick-Wert, der ist logischerweise das Gegenstück. Das heißt, hier können wir extrinsische Störungen nachweisen im extrinsischen Gerinnungssystem und diese werden nachgewiesen durch eine Erwärmung des Citratsbluts und dann anschließend eben eine Zugabe von Gewebsthromboplastin und damit ist es dann möglich, dass wir einen erniedrigen Quick-Wert insbesondere zurückführen können auf einen Vitamin-K-Mangel, Anticholagulantien-Therapie oder eben auch Hepatopathien. Wir hatten ja gerade schon beschrieben, welche Auswirkungen eben solche Synthesestörungen in der Leber haben können und diese sind dann eben entsprechend auch wichtig für den Quick-Wert. Häufig zu wissen, dass der Quick-Wert gegen die partielle Thromboplastinzeit eben läuft, weil der partielle Thromboplastinzeit eben in Sekunden angegeben wird, das ist ja auch ein Zeitmaß und der Quick-Wert hier eben in einem Prozentwert angegeben wird, weil wir hier entsprechend einen Normwert des Plasmas mit dem tatsächlich vorzufindenden Plasma entsprechend nachweisen können. Normalerweise liegt der Wert zwischen 90 und 120 Prozent und darunter spricht man von einem erniedrigen Quick-Wert, der entsprechend vorliegt. Und damit soll es auch schon wieder gewesen sein mit diesem Kurs rund um die gesamte Fibrinolyse und alle damit verbundenen verschiedenen Folgen. Dabei würden wir uns riesig freuen, wenn ihr ein Liked oder das gerne unseren Kanal abonniert. Außerdem ist es so, dass wir uns die Gerinnungskaskade natürlich nochmal angeguckt haben und dabei einen gesamten Text rund um Gerinnungskaskade und dann eben auch den Abbau durch die Fibrinolyse wieder angeschaut haben. Diesen Text für Mediziner gibt es jetzt entsprechend auf unserer Webseite. Texte zum Verstehen, Zusammenfassungen für das schnelle Lernen. Bekommt ihr alles, 20 Prozent drauf, mit dem Code WELCOME. Checkt es gerne aus und ansonsten gibt es jetzt auch das Abo, womit ihr alles einmal zugreifbar habt. Checkt es gerne aus. Viel Spaß dabei. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein und ciao. I think I'm overdozing, I think I'm overdozing, I think I'm overdozing, I think that I'm overdozing. Ich helfes.